hi leute herzlich willkommen euer chris hier bin gerade hier beim training gelandet unten in der tiefgarage wie eine mitbekommen haben trainiere ich jetzt bei fitx sozusagen hier fitx und hier ist mein wunderschönes foto sozusagen ein mann der ersten stunde ich bin hier direkt eingetreten als das den ersten tag offen hatte hat mich hier auf annie überzeugt und ich würde vorschlagen ich nehme euch mit heute zum training wir filmen drin ein bisschen rum ein rundgang ja dann gibt es meine beurteilung hier zu vorteilen nachteile und dann habt ihr mal einen kleinen einblick wie das hier aussieht ich würde sagen wir legen los und bis gleich so leute fitx am start wir sind hier in berlin am kurvorstendamm die filiale ist hier hinter mir ich werde es von außen mal filmen für euch es geht hier um die ecke noch weiter wenn wir hier den kurdamm kurz rumlaufen haben wir auch gleich ein bisschen berlin zeitziegen noch hier am start sozusagen erwartet mal kurz hier ist der wetter ist ein bisschen bescheiden sag ich mal gefühlt ist 12 grad hier regener wusch hier haben wir den kurdamm also von der größe her das ding ist erstmal massiv riesengroß hier das geht im ersten etage ganze etage hier rum jetzt würde ich vorschlagen gehen wir erstmal rein gucken von innen und dann steht heute beine auf dem plan denkt an mein video von gestern never skip leg day bitte beine trainieren ganz wichtig ist heute mein tag ich frage mich schon würde mir von der skala 1 bis 10 eine 10 geben von der motivation und ähm von der starke und lust das eine 10 also bis gleich laute hier gibt es insgesamt 50 mal tiefgeraden stellplätze das ist schon mal ein dicker pluspunkt musst du halt nur runter fahren und dann mit der fitx karte kann man sich hier legitimieren um rein zu fahren und dann gehst du direkt vom vom keller tiefgarage hier hoch erdgeschoss und dann hoch ins erste zum training hier was von anderen ketten auch kennt ist man hier drehkreuz du hast einfach die karte legst die karte auf und dann kannst du direkt durchlaufen hier hier ab geht es erstmal umziehen und danach würde ich sagen machen wir hier weiter ich fühle mich mal drinnen rum in die einzelnen bereiche hier im studio ist natürlich voll heute jetzt haben wir hier die waschrauber bricht um 18.30 Uhr nichtsdestotrotz schaue ich mal dass wir hier uns ein bisschen zurecht finden also bis gleich die zusätzlich drin kam mal die und wir Vielen Dank. 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 Vielen Dank.